Also wir fahren heute für die Fischküche in Zusammenarbeit mit dem Stadtjugendring fahren wir heute Essen aus. Für Menschen, die gerade während der Krisenzeit einfach nicht zum Einkaufen kommen und ein bisschen bedürftig sind. Die kochen jeden Tag so 60 Essen und die werden dann ausgefahren. Und wir unterstützen daher ein bisschen und fahren aus. Sohn, man, du verlust dich kurz. Du machst die Wochen, die konnten sie teilspannen. Lacken und Länge, abwech dem Bord oder Anhänger. Heißt sogar im Wohnungsflur, auf dem Tisch eine neue Natur. Mir wird heiß, wenn ich dich fühle. Liebe Dame, wo soll ich aus uns werden? Warum muss ich dir den ganzen Tag bekehren? Liebe Dame, wo soll ich aus uns werden? Gorn auf der Welt wird dich so verehren. Danke.